Japan-Messer zählen zu den schärfsten Messern der Welt. Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie Ihre Japan-Messer selbst schärfen können. Das Schärfen japanischer Messer funktioniert ähnlich dem Schärfen jedes anderen Messers auch. Hierzu hat Diktum bereits ein ausführliches Video Messerschärfen auf Banksteinen veröffentlicht. Es gibt jedoch ein paar Besonderheiten beim Schärfen von Japan-Messern, die wir Ihnen nun vorstellen. Japan-Messer lassen sich nicht mit einem Wetzstahl schärfen. Der Stahl japanischer Klingen ist viel zu hart dafür und bildet keinen Grad, wie es für das Schärfen mit dem Wetzstahl notwendig wäre. Beim Versuch, ein Japan-Messer mit dem Wetzstahl zu schärfen, wird die Klinge stark beschädigt und zeigt deutliche Ausbrüche. Zum Schärfen japanischer Messer sind Banksteine mit einer Körnung von 500 bis 8000 üblich. Schleifsets mit aufeinander abgestimmten Körnungen und den dazu passenden Zubehör sind auch speziell für Messer aus niedrigligiertem Kohlenstoffstahl erhältlich. Bei westlichen Messern ist der Griff meist direkt an der Klinge mittig angebracht. Zahlreiche Messer besitzen zudem einen Schutz vorm Abrutschen der Finger. Das Schärfen des hinteren Schneidenbereichs verlangt bei dieser Form etwas Übung. Japan-Messer lassen sich in ihrer typischen Form leicht schärfen. Der Griff ist meist weit über der Schnittlinie angebracht, sodass die gesamte Klinge durchgehend geschärft und genutzt werden kann. Aber Vorsicht, auch der hintere Schneidenbereich wird sehr scharf. Sie möchten das Schärfen von Japan-Messern erlernen? Bei Dictum haben Sie die Möglichkeit, sich das Schärfen mit Hilfe unserer Schärfhibel durch die Lektüre von ausgesuchten Fachbüchern und das Anschauen von DVDs selbst beizubringen. Wenn Sie das Schärfen lieber in kleinen Gruppen unter professioneller Anleitung durch einen Profi erlernen möchten, besuchen Sie einen unserer Dictum Schärfkurse. Oder nutzen Sie den Dictum Schärfservice. Beim Kauf eines Japan-Messers bei Dictum erhalten Sie neben drei Jahren Garantie und Herkunftszertifikat auch einen Schärfpass für kostenloses Nachschärfen. Bei Dictum kaufen Sie Originale. Unsere Japan-Messer kommen auch aus Japan. Wenn Ihnen der Film gefallen hat, abonnieren Sie den Dictum YouTube-Kanal. Wenn Sie Fragen haben, hinterlassen Sie einen Kommentar. float Dictum ôt Dictum Dictum Untertitelung des ZDF, 2020